Osele, Ventildeckel ist ab. Sieht ganz gut aus. Die Stungen sind hart ohne Ende. Klebe sind hart, also das war echt noch nicht ab. So und jetzt aber hier, das spiele Kette. Da runter hängt. Also hier ist spieler. Rechts und links natürlich auch. So, jetzt ist doch was, ich bin kein Profi, jetzt aber hier der ist hart schön. Und der hier, den kannst du so, so hin und her, weiß nicht was so richtig ist. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass die Zähne noch halbwegs gut aussehen. Allwegs. Ja.